Mit Ballett habe ich angefangen, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das war schon immer in mir. Ich setze unheimlich auf Nachhaltigkeit und ich finde das auch das Schöne bei Porsche, Nachhaltigkeit hat ja auch was damit zu tun, eine Tradition zu wahren. Und Ballett ist ja auch eine sehr alte Kunstform, wo man eine gewisse Tradition bewahrt, aber trotzdem nie den Blick in die Zukunft verliert, sondern man muss immer offen sein für Neues. Die Dachshundung Die Dachshundung Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und es ist ja bei einem E-Hybrid ähnlich. Er schwebt sozusagen. Aber in der nächsten Sekunde können wir auch Vollgas geben und können uns völlig austanzen. Bis dann der Vorhang fällt.